willkommen reisenden wir sind zurück auf dem planeten spacepunk letztes mal haben wir endlich eine energiewaffe bekommen jetzt muss man mission machen noch ein bisschen geld bekommen aber hier geht es eine spezialmission aber da war noch zu schwach für auch mal die mission hier um dann für die andere aufgabe geld zu sammeln gegenstand herzustellen wir haben eine schöne neue energiewaffe die mission jetzt schwieriger ist immer bestimmt zweit dazu dritt vielleicht und da unten kommt man scheinbar reichen sind keine spieler ja mal gucken laut karte gibt es hier noch was aber und bestimmt erst noch im laufe des spiels in die shops mussten uns ja auch erst freischalten also zu zweit alles sehen was wir machen müssen wir sind hier für die kleine robot wir sind hier für die kleine robot Also erst mal mit den Leuten quatschen. Erst mal Pisten einsammeln. Was ist der andere? Ich hätte sie gesehen. Also wenn sie außerhalb ist? Du. Ja. Hier macht das Sinn. Manchmal muss man die Kinder haben. Geh weg von mir. Also jetzt müssen wir wieder runter laufen. Ah, geht's wieder hoch oder was? Ne, guck mal. Ah, falsche Richtung. Oh. Bits? Ah. Ah. Sausages. Er ist ein Mann von einfachen Fähigkeiten. Das ist nicht eine Batterie. Guck mal. Die Batterie hat nicht mehr. Die Batterie hat nicht mehr. So, jetzt sollen wir wieder in Energie kehren. Ah, ein Hör, aber oben lang auch. So, jetzt kommen wir wieder. 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 ok oh oh aber man muss sie verbinden die tür geht ja langsam auf Oh, das war noch ein paar mehr. Boah, die Haut riecht nicht rein, die Energiewaffe. Später bestimmt noch bessere. Hm, links oder rechts. Wäre egal gewesen, glaube ich. Boah, die Haut riecht. Denkst du, dass du mich findest? Sie hat keine Hoffnung in mich. Was? Ja, Denkst du. Ich schaufe an die Medien. Schau näher. Das ist keine Moon. Das ist ein Son. Nein. Erstens muss ich... Nach dem, was sie ist. Der ist noch nicht fertig. Der andere ist noch nicht fertig. Gut. Kann sein, dass er sich das durchliest. Der andere ist noch nicht fertig. Ich werde die Daten über 60 Sekunden verabschieden. Roboter werden in diese Umgebung verabschieden. Das wird die Gefängnis verabschieden. Entschuldigen Sie so schnell wie möglich. Es funktioniert. Okay. Baby Bird Was zum Henker Baby Bird Bad Robot Rude Scrap Too crowded for my taste wir werden sehr viele gegner oh nein stop panicking and help me set up some defenses i'm already looking for something we can use muss das jetzt hin insert die batterie ah gucken kann ich die dahin stellen ja das soll man denn machen hmm ok Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Mehr Also ich habe es noch nicht so ganz verstanden Oh Oh mein Gott. Ich sehe dich. Stopp. 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 Annihilated. Gott sind das viele. Gehs doch. Oh. Ja. Haha. Bad luck. If only I had all of them. Done with the transfer. We can get out of here. Yes. Let's. Just when it started to get interesting. Pelt on. Das war eine sehr seltsame Mission. Aber jetzt haben wir natürlich eine super Axt bekommen. Brauchen wir uns gar keine herstellen. Aber irgendeinen Plunder müssen wir uns herstellen für die Mission. Ich stelle mir einfach irgendwas billiges sein, was wir spotten können. Oh ja erstmal. Das Ding ist ja schwächer. Ja. Das ist ja doof. Das hat auch einfach nur ein höheres Equipment Level. Wir müssen mal gucken. Jetzt hier runter. So. Irgendwas billiges. Ja. 85. So. Crafting. Ah ja. Wie will man. Craft Zeit. Ah. Man kann die verbessern mit der Zeit. Probiert. Ist natürlich ganz schön gekostet. Erziehen Größe. So. Ist die Aufgabe auch fertig. ja das ding ist einfach recht als das was wir haben immer denn ja so geht das die haben ist doch warum ist die mission im herstellen nicht fertig wir haben noch etwas hergestellt wild punch und hier Oh. Oh. Ach. Ist auch gar nicht freundlich. Aber wir haben die Waffe doch hergestellt. Wie hilft das denn nicht? Ja. Hier wir kommen. Weeeee! Ach. Das ist jetzt aber seltsam. Ja. Ja. Und hier wir gehen. Das zählt nun nicht. Und hier we go. Aber jetzt? Aber einmal schon. Mussten wir wohl updaten. Die Waffe also einen herstellen. Und updaten. Eine Mission verfügt. Aber hier haben wir noch was. Fünf Punkte mehr Schild. Fünf Prozent mehr Schaden. Kritisch. Ausdaueregeneration. In Level. In Level. Faden. 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 Tief. Ja. Machen wir erstmal das hier. Auf Level sieben bekommen wir etwas Neues. Das haben wir fertig. Oh jetzt nochmal. bei fertige missionen drei bungs an das nächste 15 die kiste wochen kiste in der challenge 80 diamanten hätte job 15 ist man qualifiziert hier ist auch ganz hier kann man sich einer aussuchen hardware und software ist noch gesperrt das wäre wohl wenn er hier mal reingucken denn zwar zu schwach dafür mal sehen wie das keiner mit energie level 20 ein höheres level macht nicht mehr schaden aber wir können ja trotzdem mal austauschen ich bin sowas von der schwächster hier hier wir müssen auch nach unten das war was war das Was ist das? Was ist das? Wo muss das Ding hin? Hier, da... Da... Ja, die sind gut stark... Ja... 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 Oh, alter... Ja... 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 Wir müssen auch zurück... Oder nicht? Wo laufen wir eigentlich hin? Hm. da ist so lobe ich hin Get away from me. Oh, I don't feel safe. Pretty spars. Oh, so little. Oh, nice explosion. I see you. Spark and flame. Yeah. Bin einer von denen überhaupt eine Batterie dabei? Oh, alter. I can still fight. Die, die ein höheres Level haben, werden sie ja wissen, was eine Mission wirklich zu tun ist. Das sind aber auch ein Schaden. Ah, die sammeln nur die Kisten. Aber wir müssen noch eine Mission machen. Oder nicht? Ja. 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 Von der anderen Seite. Super. Ja. Ich brauche mehr. wir brauchen so eine batterie ganz klare sache ist natürlich ganz rechts oben ja am besten auch eine mit den jahr andauer verloren dass man den ganzen weg zurücklaufen zum glück haben wir schon ein bisschen den weg gesäubert hat sie fallen lassen we didn't get struck by lightning or anything also alle 19 kisten wurden gesammelt ich hab's doch noch gut ich hab's verloren mich ja nicht 100 wir sehen fehl oder nein Jetzt, wir gehen nach Hause. Findet ihr den Extraction? Die Zucht ist ein Problem. Die Zucht ist ein Problem. Die Zucht ist ein Problem. Jeb, ich werde meine Zucht wiederholen. Die Zucht ist ein Problem. jetzt muss man nur noch alle vier entkommen dann müssen mission gewonnen sollen einer auch gerade so geschafft schon spannend wir haben zwei grüne gegenstände bekommen ergie schuld und bei energiewaffe noch so ein bisschen extra belohnung aber gute waffen drin so dann bedanke ich mich erstmal in der nächsten folge legen wir erstmal das grüne neue item an oder beide wenn sie besser sind wenn einige neue missionen machen die abgeben die wir haben vielen dank fürs zuschauen abonnieren nicht vergessen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal